So, Shop of the Louis Hamilton's. 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 Sonnenblume, mit Heumichel drin, Paket, oh, das sind immer nur einzeln drin. Reaktiv, ja Reaktivulie, ganz hinten drin sind es. Das nervt, das nervt ein bisschen echt. Ich habe zwar dieses Copyright-Ding an, dass ich keine Jam-Songs höre, aber das ist blöd, wenn die ganze Intervon-Musik nicht zu hören ist. Ist aber nervig. Oh, aha, Küsten-Krieger-Paket ist da drin. Kann man auch mal einmal im Jahr Rift-Race in der Sonne erscheint. Habe ich den so ausgerüstet gehabt? Machen wir es mal so. Kumpfes-Inkunft, Zewillet-Chrome, Unruf. Krille-Maske und Krille-Maske, dann... Das geht natürlich auch. Ah! Lego-Varianten sogar noch bekommen. Rischel-Dorn. Unschlaffi-da-schlaff. Nettbrille. Ohne Brille. Nettbrille. An der Cover-Core. Haken in. Keine Brille. So. Kippen umhauen. Einfach kippen. Ach, wie ewig sind. Weiß nicht, war die dann zwei eigentlich da rein? Nicht. Groß Klingen. Westliche Sonden. Würfelschneide. Das ist da. Am 16. Juli schon wieder raus. Was, das sind nur vier Tage drin? So. Die sind nur vier Tage drin. Ich dachte sogar, es bleibt ein bisschen länger drin. Mindestens ist der Ende der Season aber vier Tage. Glaube ich eher nicht. Wollen wir sehen mal. Ich hab mal jetzt Gemsongs hier. Ich glaub, das sind neue. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Weil das hier seh ich zum ersten Mal. Das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber... Könnte was sein, aber es wird auch nicht mal angezeigt, ob da neue dran steht oder so. Das ist auch ein bisschen blöd. Na gut.